Hallo, mein Name ist Reza Asghari. Ich bin Leiter des Entrepreneurship Center und ich freue mich, dass du hier bist. Hier hast du die Möglichkeit, an deinem kreativen Geschäftsmodell weiterzuarbeiten und eine umfangreiche Unterstützung von uns zu bekommen. Ich lade dich ganz herzlich zu einem Rundgang ein. Hey, hi. Herzlich willkommen im Entrepreneurship Center. Schön, dass du da bist. Komm doch am besten einfach mal rein und wir zeigen dir, wie es so ist. Guten Morgen, Annika. Wen hast du denn uns da mitgebracht? Komm rein, ich zeig dir das Center. Lass uns mal gucken, was Bianca hier macht. Hey, Bianca. Ich habe dir hier mal mitgebracht. Hi. Ja, du schriffst es hier beim Workshop mit unserem neuen Gründerteam. Wir bearbeiten jetzt das Geschäftsmodell gerade. Wir haben schon die Kundensegmente definiert und den Kunden nutzen. Und Schlüsselpartner haben uns auch schon überlegt. Und jetzt nach der kleinen Pause ist euch noch was zu den Kosten eingefallen? Ich glaube, wir gehen jetzt mal lieber zu den Büchern. Und zwar haben wir hier auch eine Bibliothek extra für die Bedürfnisse unserer Gründer. Und wenn du tiefer einsteigen willst, wir haben sogar ein eigenes Masterprogramm nur für Entrepreneurship. Lass mal gucken, was Bettina macht. Hi Bettina. Hi Erik. Na, es geht. Ja, wir sitzen hier über dem Businessplan für das Förderprogramm. Die Zahlen sehen gut aus. Die Idee ist auch cool. Also, kann weitergehen. Und wir können da jetzt auch einen Kontakt zur N-Bank herstellen. Meinst du, das wäre was für unsere Beteiligungsgesellschaft? Habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht? Ja, eigentlich schon. Super. Müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Wir müssen jetzt erstmal weiter. Ah, hier. Unsere Gründerpostkarten. Richtig cool. Jeder Gründer bekommt von uns seine eigene Postkarte. Zum Gründen gehört natürlich auch ein bisschen Papierkram. Aber keine Sorge, wir helfen dir dabei. Komm mal mit in unser Office. Hey Beate. Hi Sina. Na, was machst du? Ich sehe gerade Gründerpost. Nehme ich gleich mit rüber. Ne? Okay. Und hier kannst du auch gleich mal ein Gründerbüro sehen. Jungs, ich bin's. Kann ich reinkommen? Ja. So, dann ab raus hier. Lassen wir die mal arbeiten. Übrigens haben wir auch super Kontakte in der Region. Wenn du einen Steuerberater suchst oder einen Rechtsanwalt, können wir dir auf jeden Fall helfen. Wenn du dann berühmt bist, kommst du auf unsere Wall of Fame. Und hier haben wir auch meinen persönlichen Lieb liegen. In der Mittagspause gehen wir in die Ideenküche. Und der Kühlschrank ist natürlich für alle da. Ich glaube, im Flur ist was los. Komm mal mit. Hey, wir machen Werbung für euch über unsere Marketingkanäle. Seid ihr bereit zum Gründen? Ja. Wir begleiten euch von der Idee bis zur Gründung und darüber hinaus. Bis bald. Wirięte. Untertitelung des ZDF, 2020